Ah, ich war noch nie in Paris. Das ist voll langweilig. Hallo, ich brauche ein Ticket nach Paris. Können Sie mir helfen? Gehen Sie zu einem anderen Kollegen. Ich verkaufe Tickets nur nach Spanien. Aber Tickets nach Russland sind günstiger. Nein, sorry. In Russland ist es mir zu kalt. Wo ist der Verkäufer, der nach Frankreich Tickets verkauft? Hallo, wie kannst du Ihnen helfen? Ich wollte gerne nach Paris fliegen. Aber das kostet 5 Euro. Okay, bitteschön. Ich habe meine Ziele erreicht. Ähnlich in Paris. Dadah, lalala, es ist in Paris. Es ist in Paris. Make me here. Make me here. Make me here. Make me here.